gerissene Halterung, bedenkliche Stoffe. Für die Sicherheit im Auto sind Kindersitze für die Kleinen unumgänglich. Stiftung Warentest testete mehrere Modelle. Die Überraschung, drei Kindersitze sind mangelhaft. Quelle, Stiftung Warentest. Damit Kinder im Auto sicher reisen, ist der passende Kindersitz wichtig. Die Stiftung Warentest hat erneut Autokindersitze getestet. Diesmal ist das erste Modell mit ABIC dabei. Das schnitt gut ab im Test im Gegensatz zu manch anderen Modellen. Nur wenige Kindersitze fallen im Test durch und auch günstige Modelle können gut sein. Das ist das Ergebnis einer Stichprobe der Stiftung Warentest und dem ADAC. Sie haben 23 neue Sitze unter die Lupe genommen. 17 von ihnen schneiden gut ab. Testausgabe 6 2018. Zwei bekamen ein befriedigend, eine ein ausreichend und drei sogar die Note mangelhaft. Die Qualität hängt dabei nicht unbedingt vom Preis ab. In der Kategorie E-Size bis 105 cm Körpergröße, sind gute Sitze ab 200 Euro zu bekommen, in den höheren Gewichtsklassen schon ab 100 Euro. In der Tabelle schlagen ältere Modelle zudem oft die neueren Konkurrenten. Als mangelhaft 5,0, stuften die Tester den Concord Ultimax E-Size ein. Hier rieß beim Frontaufprall die Gurthalterung aus der Rückenlehne, der Testbedarme schleuderte weit nach vorn. Laut dem Anbieter ist die Produktion bereits eingestellt. Im Sitzbezug des Affionaut Ultralight Plus E-Size Basennote 5,5, wurden überhöhte Werte des Flammenschutzmittels DCPP gefunden. Es verhindert, dass sich der Stoff bei Feuer zu schnell entzündet, aber steht im Verdacht, Krebs zu erregen. Der vermutlich ebenfalls krebserregende Stoffnav-Teiling wurde im Gene Gravity 4,6, entdeckt. Nur ein befriedigend erhielter Packbar Ego Viagio 1-2-3-Wia 3,2 und der Kikko Universifix 3,3, beide Gewichtsklassen 9 bis 36 kg. Sie schützen bei einem Aufprall nur mittelmäßig. Der Kikko Kismus bis 18 kg Körpergewicht, Note 4,0, wurde in den Rubriken Unfallsicherheit und Handhabung mit ausreichend bewertet. Neu ist der erste Kindersitz, E-Size, mit Airbag. Beim Maxi-Cosi Axis Fixer für stolze 650 Euro geben Sensoren in der Sitzhalterung ein Signal weiter, das den Airbag auslöst. Die Luftkissen schnellen aus den Brustgutten und positionieren sich vor dem Gesicht des Kindes. Beim Frontcrash senkt der Airbag die Belastung für Kopf und Nacken, schneidet beim Seitenaufprall allerdings schlechter ab, Gesamtnote 2,2. Die Stiftung Warentest weist darauf hin, dass bei einem Transport entgegen der Fahrtrichtung ein Airbag nicht notwendig ist. Kindersitz mit Airbag, im Moment des Aufpralls legt sich das Luftkissen vors Gesicht. Quelle, Stiftung Warentest. Mehr als 400 getestete Autokindersitze und ein Crash-Test-Video finden Sie auf test.dweb-Link. A, E. F, J. K, P. A, E. F, J. K, P. A, E. F, J. K, P.